Hi Leute, ich bin's wieder, eure Becci und ich bin wieder da mit einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Ich werde das allererste Mal in meinem ganzen Leben Roblox Doors mit euch spielen. Ihr habt es so oft angefragt, das war nicht mehr normal. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hab ein bisschen Angst davor, weil ich hab gehört, das soll nicht ohne sein. Und, ähm, ja, sehr viele Jumpscares und so weiter. Also, es gibt folgende Regeln, die ihr beachten solltet. Regel Nummer 1, tragt bitte keine Kopfhörer. Zu eurer eigenen Sicherheit tut es nicht. Und es ist eine ernst gemeinte Warnung. Regel Nummer 2, verlangt nicht von mir, dass ich sehr weit komme, okay? Ich bin das allererste Mal in diesem Spiel. Ich hab fast gar keine Ahnung von dem Spiel. Ich hab mir nur kurz vorher noch ein paar Gameplays angeguckt, um ungefähr zu wissen, worum es geht, worauf ich achten sollte. Aber, im Grunde genommen hab ich keine Ahnung. Regel Nummer 3, beachtet bitte die folgenden beiden Regeln. Und, ja, ich werd super viel Angst haben. Es wird sehr planlos sein. Und, ich werd schlecht sein. Übrigens, werd ich erstmal mit Team Becky spielen. Und dann, äh, mal alleine das Ganze versuchen. Mal gucken, äh, was besser läuft. Und, falls ich es nochmal spielen soll, mit euren Tipps, und hoffentlich ein bisschen besser dann, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, dann mach ich das. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Bock habt, wie ein Move in Roblox sich zum Affen macht. Und ich würde sagen, let's go. Ich hab Angst. Ich hab Angst, Leute. Sagen wir gehen jetzt einfach in irgendeinen Fahrstuhl hier. Der ist frei. Hier, kommt, Leute. Kommt. Es sind nur drei. Leute, wir brauchen noch jemanden. Da kommt Joy. Ja, wir haben hier noch so einen Teufel, Mann. Oh mein Gott. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Äh. Okay. Was ist das? Wie ich angestarrt werde. Aber krass, wie es hier aussieht. Da ist Tür Nummer 1. Hey, jemand hat es schon geöffnet? Verdammt. Okay, los geht's. Wow, wie spooky das hier aussieht. Ich hab Angst, Leute. Da kommt so richtig Halloween-Stimmung auf. Oh mein Gott. Das ist jetzt schon so cool gemacht. Wow. Warum bleibst du hängen? Warum bleibst du hängen? Du sollst mitkommen. Oh mein Gott, Leute. Warum seid ihr so schnell hier? Wow, wenn das nicht spooky und unheimlich ist, dann weiß ich auch nicht. Tür Nummer 6. Und ich verstehe gar nichts mehr. Warum müssen wir hier lang? Warum seid ihr so gut? Hört mal auf, so gut zu sein. Ich hab hier gar nichts zu tun. Was ist das denn? Soll ich einfach nur laufen? Okay, ich weiß jetzt gar nicht, was ich... Ich höre den Klappen! Nein, ich habe Angst. Oh mein Gott. Wir müssen hier runter. Nächste Tür. Alter, ich kann doch nicht mal eine Tür mit euch öffnen, Leute. Warte. Hier ist ein Hebel. Hier wurde, glaube ich, aber schon umgelegt, ne? Okay. Wo muss ich denn eigentlich? Ich bin verwirrt. Oh nein, ich höre was! Oh nein, ich habe das Gefühl. Ich ufe. Wo sind alle hin? Hallo? Team Becky? Wo seid ihr? Ey, das gibt... Alter. Was? Ich bin geglitscht? Ich bin verwirrt. Wo bin ich jetzt? Hey, was macht ihr hier? Okay, wir müssen die richtige Form hinbringen. Okay, das macht gerade jemand für uns. Kann ich das nehmen? Verdammt, das wollte ich doch machen. Was? Ich bin schon bei Tür Nummer 13? Ich habe nichts getan. Ich bin bei Tür Nummer 13. Und ich weiß gar nicht, ob alle noch da sind. Ich sehe jetzt hier einen. Aber sonst sehe ich hier niemanden. Ist hier irgendwas versteckt? Nee. Hat jemand schon alles geöffnet? Also ich muss hier überhaupt nichts tun. Tür Nummer 18? Nee, 16. Okay, ich dachte schon. Ich glitsche schon wieder, ey. Okay, da müssen wir lang. Was ist das? Oh mein Gott, hier sind so viele Schränke. Ich bin verwirrt. Oh, ich höre was. Oh, Alter. Ich hätte in einen Schrank gehen sollen. Was war das für eine miese Runde? Tut mir leid, ich mache jetzt gleich eine Runde alleine, Leute. Seid mir einfach zu gut, ja? Ich will auch mal was machen. Da fühle ich mich einfach nutzlos, Leute. So wie bei Rainbow Friends. Okay, gibt es hier irgendwas, was wir kaufen können? Das brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche ein Licht, Leute. Weil ohne geht gar nicht. Obwohl, ist nicht ein Flashlight besser? Können wir das mitnehmen? Können wir irgendwas mitnehmen? Hallo? Nö, irgendwie nicht. Okay, ähm. Da scheint nichts drin zu sein. Aber sehr spooky. Okay, ähm. Okay, hier müssen wir runter. Ach, da ist der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Perfekt. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen, Leute. Es ist nicht so einfach. Ich spiele das alles über Joypad. Achso, ich muss es halten. Und ich muss erst mal mich zurechtfinden, okay? Ein richtiger Noob spielt jetzt gerade Doors. Wie kann ich mich überhaupt im Schrank verstecken? Moment. Ah, okay. Wie kann ich wieder raus? Achso, okay. Ich weiß Bescheid jetzt. Ich weiß jetzt Bescheid. Boah, wie viele Schränke hier sind. Jetzt Tür Nummer drei. Ich höre irgendwie Schritte. Gar nicht gut. Ich werde mich nicht umdrehen. Das finde ich hier besonders gruselig. So richtig herbstmäßig, Halloween-mäßig. Aber ich finde es cool, dass die so quasi zur Halloween-Zeit so damit rauskommen. Okay, müssen wir hier lang? Ich hoffe, ja. Okay, ja. Tür Nummer sechs. Jetzt geht es ja noch. Warum ist oben die Tür da versperrt? Was ist das? Schauen wir mal hier rein. Ah, das können wir mitnehmen. Vitamine. Nice. Können wir da irgendwas mitnehmen? Nö, ne? Da ist auch nichts. Ist hier sonst noch was? Nö, weiter Tür Nummer sieben. Okay. Hier irgendwas, was wir öffnen können? Nein. Einfach nur ein leerer Raum. Hier ist wieder was, was wir öffnen könnten. Okay. Mal schauen, was hier so drin liegt. Nix. Ich höre Schritte. Und ich glaube, ich sollte lieber abhauen. Warte, wir müssen hier, glaube ich, rein. Wir brauchen einen Schlüssel, okay? Da, da, da. Ich habe den Schlüssel. Was ist hier? Danke schön. Hier ist einfach nichts im Raum. Ich bin bei Tür Nummer 10. Alleine, Leute. Also, schlage ich mich gerade gut oder ist es schlecht? Können wir hier irgendwo rein? Ich glaube, ich sollte einfach weiterlaufen. Hör auf zu labern, Mackie. Oh, der Raum sieht nice aus. Ich brauche das runde Bild. Ich brauche das runde Bild. So, das. Oh mein Gott! Muss ich mich hier verstecken? Ich habe einen Knopf. Gehört? Ich glaube, erst, wenn so creepy Musik kommt, oder? Okay, das kleine Bild hier nehmen wir jetzt. Das müssen wir, glaube ich, da mit tauschen. Alter, ich bin nervös. Ich habe Angst. Okay. Ich dachte, gerade ein Monster kommt. Boah, Alter. Alter. Yes. Mama. Alter, ich höre hier so komische Geräusche. Digger. Ich habe Angst. Münzen. Münzen sind immer gut. Ich habe Geld gefunden. Alter, mein Herz. Okay. Boah, ich weiß gar nicht, wie mein Herz gerade am Knopfen ist. Man weiß ja nie, ne? Man kann ja alles gebrauchen. Kann ich durch einen Vent? Ah, ich kann durch einen Vent. Ey, wie cool ist das denn? Okay, okay, okay. Okay. Uh, geschafft. Oh, wie nice ist das denn? Das ist so cool gemacht. Ehrlich jetzt, Leute. Ist hier irgendwas? Nein. Ich habe das Gefühl, ich habe so sehr Angst, ich kann nicht mehr reden. Ich höre an Atmen. Oh nein. Okay, ich habe kein Feuerzeug mehr. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Und, ähm, hier ist kein Schrank mehr, um mich zu verstecken. Ist das hier eine Tür? Hallo? Oh nein, oh nein. Ich höre hier was. Ich höre hier was. Warte, hier. Hier, hier ist ein Hebel. Okay. Okay, jetzt müsste das frei sein, ne? Oh mein Gott. Das ist so tricky. Und ich kriege echt Panik, wenn kein Schrank in der Nähe ist. Okay, dann müssen wir hoch. Boah, warum habe ich Angst? Hier, der ist durch Tür Nummer 18. Oh nein. Bro, was ist das? Warum schmeißt du einfach mal einen Schrank um? Richtig unordentlich hier. Dinger, ich höre hier die ganze Zeit Geräusche. Ich bin definitiv nicht alleine. Aber du kriegst echt Herzklopfen bei dem Spiel. Da ist echt Angst. Ich bin bei Tür Nummer 19. Komplett alleine, Leute. Okay, wie komme ich hier lang? Achso, ich muss den Ding hier ausweichen. Wo ist die Tür, wo ist die Tür, wo ist die Tür? Ah, hier. Wie konnte ich daran vorbeilaufen? Tür Nummer 20. Und es flackert hier. Das ist gar nicht gut. Oh mein Gott! Was ist das? Kam ich von hier? Nein, Tür Nummer 21. Oh, Alter! Ich schwitze! Oh, Alter. Ich muss mich kurz beruhigen, Leute. Zu viel gerade für mich. Ich bin sehr nervös. Okay, ist hier irgendwas? Ich laufe einfach weiter. Einfach weiterlaufen, nicht nach hinten. Hallo? Hallo? Äh, okay. Was war das gerade? Ich sehe überhaupt nichts. Wo soll ich lang? Ich sehe nichts. Was war das? Alter! Oh Mann, was war das denn? Alter, wo muss ich lang? Ah, hier. Ah, nein, hör auf! Geh weg, hör auf hier. Ah! Digga! Ich sehe nichts. Nein! Nichts. Ich sehe auch gar nichts. Wie? 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 Was hat der mich da auch so angepst? Hör auf mich an zu pst! Mal gucken, ob die Runde was wird. Ich versuche, so weit wie möglich zu kommen, Leute. Ziel ist Tür Nummer 50. Ob es klappt, weiß ich nicht. Okay, ich brauche auf jeden Fall alles. Verdammt. Ich kann mir nicht alles leisten. Da besorgt schon jemand den Schlüssel, oder? Hallo? Hä? Wie konnte sie so reingehen? Okay. Brauche ich nicht mehr. Hä? Was war das denn? Wie konnte sie das schon durch? Hä? Bin verwirrt. Was war das? Okay, hier ist nichts zum Sammeln oder so. Speedrun hier durch. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Tür Nummer 5. Oh mein Gott. Sieht das irgendwie jedes Mal anders aus? Oh mein Gott. Das Gewitter dazu. Das macht mich nervös. Das Spiel macht mich generell nervös. Oh mein Gott. Gut. Die ersten Türen gehen noch. Aber das Spiel verändert sich. Tür Nummer 9. Okay, hier sind ein paar Schubladen. Oh, nicht gut. Tür Nummer 11. Ah, hier müssen wir durch den Vent. Oh mein Gott, ich höre klopfen. So, jetzt aber. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Tür Nummer 12. Oh oh. Ich habe Angst, dass jetzt gleich das Monster kommt. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo soll ich mich verstecken? Ich höre es, ich höre es, ich höre es. Oh nein, nein. Ich stehe mir vor mir verstecken. Das war knapp. Das war richtig knapp. Ich habe das Gefühl, das Monster kommt gleich wieder. Okay. Okay, super, super, super. Wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel? Hä? Wurde der schon betätigt oder nicht? Ah doch, der wurde schon runtergedrückt. Hallo, könnt ihr mir nicht Bescheid sagen? Ich irre hier umher. Ihr müsst mir nicht immer überall hinterherlaufen, Leute. Einfach sagen, ihr habt das schon gemacht. Okay, hier müssen wir wechseln. Oval, oval, wo ist oval? Wo ist oval? Ah, hier. Zack. Das haben wir jetzt erledigt. Oh mein Gott, das Geräusch. Boah, ich bin nervös. Mich macht es nervös, dass das eine Monster nicht wirklich so oft aufgekreuzt ist. Was ist das für ein Bild, ey? Ein Clown. Huselech. Wir müssen wahrscheinlich wieder irgendwie einen Schlüssel suchen, oder? Wo bin ich hingelandet? Da. Yes. Das kann weitergehen. Wo sind wir? Tür Nummer 18 erst. Mir ist heiß. Tür Nummer 19. Tür Nummer 20. Einfach durchrushen. Tür Nummer 21. Manchmal geht es zwischenzeitlich echt schnell. Kann das sein? 22. Oh nein. Versteckt euch! Oh mein Gott. Er hat es zum Glück noch geschafft. Okay, wir sind noch alle zusammen. Hauptsache das. Was? Was ist da unten? Okay, wir gehen lieber nicht. Einfach durchlaufen. Okay. Tür Nummer 25. Muss schon schlucken, Leute. Ich werde langsam nervös. Ich sage es euch. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich höre komische Geräusche. Ich höre komische Geräusche. 28. Oh mein Gott. Und jetzt? Achso, hier lang. Okay. 21. 21. 30. 20 Türen noch, die ich irgendwie überstehen muss. Mindestens. 31. Ey, wir kommen gut zusammen. Oh. Zu rechts. Oh, bitte Leute. Geht ihr in den Schrank? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe Angst. Alter, mein Herz. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Okay, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Hier bestimmt. Hier bestimmt den Pult. Yes. Ich habe den Schlüssel. Los, Leute. Nein, du hättest das doch gar nicht machen müssen. Oh, oh, oh. Augen, Augen, Augen. Wie gruselig ist das denn? Oh nein. Warum sind die Augen? Leute, was tun? Brauchen wir einen Hebel? Ah, hier. Yes. Okay, Hebel gefunden. Jetzt können wir endlich durch die Tür. Oh, Alter. Ich hoffe nicht, dass dieses komische Monster hier ist. Äh, dann komme ich gar nicht mehr klar. Tür Nummer 36. Oh mein Gott. Bitte kein Monster. 37. Oh, oh. Es wird immer gefährlicher. Oh nein. Jetzt kann ich durchwaschen. Oh, oh. Nein, ein Monster kommt. Hilfe, Hilfe. Kraush. Okay. Nein. Nein. Nein, dann komme ich nicht weiter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, man muss nicht da hinten bleiben. No way. Okay, ich revive. Oh mein Gott. Wie viele sind wir noch? Zu zweit? Ich habe das Gefühl, das Spiel macht mich wahnsinnig. Ehrlich. Oh, ich habe noch nie so viel Angst gehabt. Tür Nummer 45. 46. Das war aber echt hart. Verdammt. Oh nein. Ich habe noch nicht mal irgendwas, womit ich sehen kann. Soll ich mich dieses Monster greife mich wieder an, dieses Psst Monster. Okay, danke, dass du Licht machst. Aber wo bist du? Hallo? Da. Okay, danke schön. Danke fürs Licht. 49. 49. Oh mein Gott. Wir sind bei 50 angekommen. Ah. Oh nein. Stranger Things. Ah. Was ist das? Okay, ich habe irgendwie gehört, wir müssen hier Bücher suchen. Okay. Ähm. Irgendwelche Bücher? Da. Okay, ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Oh, ich höre es. Ich höre es. Ich höre es. Oh. Es läuft langsam an mir vorbei. Okay, ich gehe weg. Okay. Oh nein. Ich höre es wieder. Ich höre es wieder. Oh. Wo ist es? 9. Oh nein. Genau bei 50. Also ich habe einmal reviven müssen an der spannendsten Stelle. Aber irgendwie war alles im Weg, Leute. Aber zu viel Krempel, okay? Dann hatte ich noch meine Vitamine da in der Hand. Das war echt ätzend. Also immer her mit euren Tipps. Lasst unbedingt Daumen nach oben da, wenn ich es nochmal spielen soll. Wenn ich vielleicht ein bisschen besser geworden bin, geübt habe mit euren Tipps. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so sehr lieb. Bye.